Musik Etwas später, etwa viertel nach es war einmal, sah der Juckreiz einen Baum und begann sich daran zu kratzen. Ein Bär? Bist du ich? Bist du ich? Das ist eine sehr gute Frage. Musik Je mehr ich gucke, desto weniger weiß ich, ob Bäume und Blumen noch wachsen fleißig, wenn ich nicht gucke. Es war seine eigene Stimme. Kennst du mich? Klarer Fall. Kenne ich dich? Na klar. Ich bin das bequeme Berggrind und das ist der saumselige Salamander. Musik 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 Ich kann jetzt nicht sprechen. Ich habe zu tun. Ich bin der vorletzte Vorzeige-Pinguin. Ich bin ein außergewöhnlich schlaues Libiduum. Für ein Hirn so groß wie meines ist alles zu wenig. Ich glaube, es stehen genau schöne Blumen um den Baum. Schön ist keine Zahl. Morgen. Süden. Ich könnte nach Osten gehen, ich könnte nach Westen gehen, ich könnte nach Norden gehen, ich könnte nach Süden gehen. Ich könnte Frühstück, Frühstück, Frühstück und ein Mittelsen. Lecker Mittelsen. Hat jemand ein Taxi bestellt? Ich nicht. Ich will geradeaus. Oh, das kenne ich. Es ist sehr beliebt. Heutzutage scheint da jeder hinzufahren. Oh, wie schön. Es ist allerdings sehr weit weg. Sehr weit? Sehr weit. Ach, wie schade. Du solltest wahrscheinlich ein Taxi gucken. Schildkröte ist also nicht ein wenig zu langsam. Langsam ist die einzige Art, wie man in diesem Wald vorankommt. Ah, verstehe. So viele Bäume im Wald und da steht ein ganz kleiner, aber feiner. Ja! 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 Ich habe viel를 jemandem認識! Schönes Haus ich habe! S vraagst du dir? Hallo? Schön, dich kennenzulernen! Schön, dich ebenfalls kennenzulernen! Ich mich auch Ich bin ein sehr hübscher Bär Ich bin ein sehr hübscher Bär Oh ja Ich bin ein sehr hübscher Bär Ich bin ein sehr hübscher Bär